Offenes Feld und so, ne? Ah! Mir schlägt was ein! Ja! Es schießt auf mich! Ja, dann sind wir von hinter uns. Ja, ja. Sollen sie doch. Die kriegen uns nicht mehr. Niemand kriegt mich. Warte mal doch. Sie sind definitiv hinter uns. Erst haben sie auf dich geschossen, jetzt auf mich. Ich bin nachzügler. Treffer. Einfach weiterlaufen. Das tut uns hier aus. Oh, ja. Musst interessant wirken. Hier, rettende Bäume! Ich glaube schon allein hinter dem Häuschen hier sind wir sicher. Oh, wie klappert das schon wieder? Hm, ohne müsste weiter links laufen. Zischt, ganz schön. Ich laufe einfach. Oder kommt das von der Base da? Nee, ich glaube das kommt von hinter uns. Auf dem Hügel da. Jetzt fahren sie auf mich. Hm, die ist auch an wir vorbei gepfiffen. Heli. Oh, Heli. So, ich muss mich erst mal bandagieren. Fahrern von vor uns. Erst ein Stück in den Wald, sonst noch ein bisschen Deckung hab. Mie, es könnte auch sein, dass sie weiß ist. Ich weiß jetzt, also es sieht nach weiß aus, aber bei Arma weiß man ja nie. ... Vielen Dank.